hallo zusammen willkommen wieder zurück bei der ja auch zorgt und let's platin call of duty ghosts weiter geht es hier mit der mission uhrwerk auf veteranen und ja schauen wir mal da gibt es auch eine zuerstoffe danke euch für den tipp hier mit den irgendwie acht eislöchern sollte ich machen und da sollen fahrzeuge versenkt werden ja gut ich werde zwei probieren das gleich mitzunehmen und dann schauen wir mal ob das mir so gelingt und natürlich wie oft ich wieder sterben werde aber dennoch machbar ist es genau dann stellen wir mal die uhrzeit richtig so ja sag ich doch okay gelang ist die ungemerkt in die basis die patrouille kommt alles klar das ist die sich durchsächtig los nicht schießen Kontrollpunkt erreicht. Den Rest ausschalten. Jeder nimmt dein Ziel. Los. Na dann. Gut gemacht. Weiter jetzt. Haha. Logan, linke Seite. Kiegen decken. Und schafft die Leiche weg. Die sieht man von hier. Hash, hinter mich und Deckung geben. Kick, Redbird ist sicher. Wo ist die Patrouille? Hat den äußeren Bereich passiert? Unterwegs zu euch. Genau nach Plan. Ah, ich soll den da nehmen. Ups. Patrouille kommt. Showtime. Offenblick klappt das mit dem Uniform. Bum, ba dum, bum, bum. Lasst den BTR durch. Algo okay, informat... Logan, du hast den Fahrer. Nada. Va ser autorizado. Donde está Luis? Crea que... Identifikación. Fahrer. Okay. Dann mal rein hier. In die gute Stube. Machen wir die Heizung rein. Los geht's. Los. Eingeschnallt. Ne. 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 Der kann kein Gurt. Na, naja. Wer das so tief sieht. Genau, haupt uns mal das Armaturenbrett. Scarecrow sind beim Clubhaus. Haben Fahrzeuge sich am Kürtelbaut? Statt. Blackbird ist ruhig. Bereit man für Einstieg und Bergung der Daten. Verstanden. Betreten Blackbird. So. Oh je, oh je. Scheiß viele Feinde. Gut. Ah doch, war doch mal geschnallt. So. Hey, warte doch mal auf mich, Jungs. Hallo. Oh nein. Zum Glück, ich sehe sie so arsch langsam. Was passiert, wenn ich draußen stehen bleibe? Ne, das sehe ich jetzt nicht. Blick, Blick, Blick. Okay. Haha. So. Dann nehmen wir hier auch mal gleich den Laptop, ne? Äh, da. Sehr schön. Haben wir die auch noch? Gut. Brauchen wir das jetzt noch? Ja, ne? Äh, ja. Uiuiui. So. Achso. Ich muss das machen. Na dann. Bleck und dicker, bleck und dicker. So ist gut. Gut, die erste ist erledigt. Platziere Lader. Weiter zu Nummer zwei. Ha. Sekunden. Da ist es lo. So und. Die Traurigdichtungen sind weg. Sprengsatzschacht. Termin zünd. Oh. Zurück, zurück. Termin. Wie bei die Order 1886. Achso. Sprengen. Die Vordertür ist auf. Zeit zum Nest. Vier Minuten. Feuer, treu. Die Überwachung steht. Ich klinge euch ein. Na? Labor, im Auto-Walt. Da hab ich da geballert. Oh shit. Also werde ich definitiv hier auch sterben. Hä? Na? Ah, dann nimm mal den. Und den? Äh. Oh. Das ist einer von mir. Hä, hä, hä. Wat? So. Ich fahre schon mal zwei weg. Das ist schon mal gut. Wow, 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 wow. Gut. Bam. Headshot. Oder auch nicht. Nö. Achso, das war der hier. Ah, gut. Ganz schön gedacht. So, wie ist das mit den Eislöchern da? Keine Ahnung. Oder was ihr da mir gesagt habt, dass ihr darauf achten soll. Bisher kommt ja da nichts, ne? Wechseln zum Südkorridor. Ziele nähern sich eurer Position. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Nehme den Steg zum Nest. Ich sehe minimale Aktivität auf der Straße. Ihr seid jetzt weg vom Radar. Jau. Auf die Erknapp. Höhöhöh. Tango sammeln sich im Glasbau. Langsam. Ja. Da lauft wieder jede Menge. Verdammte Scheiße. Ich schieße nur, oder was? Oder doch. Dachte ich es mir doch. Wow, fuck ja. Huiuiuiuiuiui. War das wieder knapp. So, einer. Zwei. Drei. Der ist von mir, ne? Ja. Hm. geht aus der schlussbahn danke so der andere noch so was sind wir hier noch die schlipper weil sie hier machen wir das perfekt der in klammer ja auch schon Jawohl, Taschen auf dich ablegen. Was haben wir denn für diesen Dingern hier noch? Gut, das war's wohl. Claymore! Oh! 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 Was lädt denn der da hoch im Textartei? Hä? Hä? Oh! Mei oh mei oh mei oh mei Nein Boah shit wie viel seh denn hier Wollt gut gereicht naja man Eieieieieieiei Na los Ziel erfüllt Räufig reicht Wie kommen sie durch die Ressorttüre na dann Na los Au Ich guck da nimmer rein Ach sind schade draußen Hi Abfahrt Uhrenvergleich 23 56 Äh nicht ganz Waffen runter aber schussbereit Machen wir uns bereit Wein Hilfe ihm Hinken Erst schießen wenn du dir den Weg rauskämpfen willst Wollen wir mal Ja Klappt ja ganz gut ne Hehehe Hehehe Die treiben jetzt ihre Jungs zusammen Das sind ja auch Ich schlage Feuer sputet euch ein wenig mehr Tja Fällt ja gar nicht auf ne Hallo Jungs Nicht so schnell Danke Gey Na das war Optics Venga aqui amigo Habe kein Bild mehr Führ mich weiter Führ mich weiter Aber Mission ist ja noch nicht vorbei Schnell ansteigen So Na denn Abfahrt bitte Mit dem Angriff auf mein Zeichen warten Merrick Wie sie da Sie erteilen Opferprognosen Opferprognosen Wett Für Städte Überall in den USA Der Leben Lexington Schikane Hey wir verlassen gerade die Basis Der Höhler Haltet durch Evakuierung in 2 Minuten Sie kontrollieren die Wagen Spielen wir mit Halt an aber sei bereit Halt 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 Geil Halt 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 DAT ist gemeint, alle klar. BÄÄM. LOL. Äh, okay, sowas ist natürlich dann immer Asi, ne? So. Hm. Ah, cool. Äh. Bling, Tiefkühler, da ist die Tobi, nice. Sehr schön. Boah. Äh, 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 da. BÄÄM. 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 wenn es hier, dass du das auf die Drahten abkackst, kann gut sein. Cool, Zusatzprofi bekommen, Urlaub abgeschlossen. Passt. Ich schätze mal das nächste Ziel. Okay, Atlas. So, alle klar? Das haben wir wieder. Ja, und ja, will ich an dieser Stelle auf. Vielen Dank für's Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's hier weiter in der nächsten Mission. Welche werden das jetzt hier? Ah, warte, kann ich auch mal um. Atlas fällt. Gut. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Schönen Abend noch. Servus und ciao.